2.5 Der Auftritt der Gesetze 50a Betrachte nun von da aus die Sache. Wenn wir ohne Zustimmung der Stadt von hier fortgehen, fügen wir dann nicht jemandem einen Schaden zu, und zwar demjenigen, der es am wenigsten verdient, und halten wir dem Versprechen die Treue, das wir als gerecht anerkannt haben? Da weiß ich nichts drauf zu antworten, O Sokrates. Ich verstehe nicht, was du fragst. Betrachte es einmal so. Stell dir vor, wir sind gerade dabei, von hier fortzulaufen, oder wie man das sonst nennen soll. Und nun kämen uns die Gesetze oder das Gemeinwesen der Stadt entgegen und fragten uns, Sage mir, O Sokrates, was tust du da? Bedeutet dein Plan, den du gerade ausführen willst, etwas anderes, als dass du uns, die Gesetze und die ganze Stadt in den Untergang reißt, soweit du es vermagst? Oder meinst du, eine Stadt könnte noch bestehen und würde nicht gänzlich zerrüttet werden, wenn in ihr die gefällten Urteile keine Kraft besitzen, sondern von privaten Leuten einfach ungültig gemacht und umgestoßen werden können? Was sollen wir auf solche und ähnliche Einwände sagen, O Kritton? Noch vieles könnte einer, zumal wenn er ein Redner ist, vorbringen, zugunsten des gefährdeten Gesetzes, das anordnet, dass die rechtsgültigen Urteile gültig bleiben. Oder sollen wir ihnen sagen, die Stadt hat uns ja Unrecht angetan und den Fall ungerecht entschieden. Sollen wir das sagen? Oder vielleicht was anderes? Genau dies, beim Zeus. Aber wenn die Gesetze sagen, O Sokrates, haben wir und du uns wirklich darauf geeinigt? Wollten wir nicht vielmehr dabei bleiben, dass die Stadt die Urteile fällt? Wenn wir uns über ihre Rede wundern, würden sie vielleicht sagen, wundere dich nicht über unsere Worte, O Sokrates, sondern gib Antwort. Du bist ja gewohnt, in Fragen und Antworten zu reden. Also sag, welche Beschwerden hast du gegen uns und gegen die Stadt, dass du versuchst, uns zugrunde zu richten? Haben wir dich nicht allem vorweg zur Welt gebracht? Hat nicht durch uns dein Vater, deine Mutter bekommen und dich gezeugt? Sprich also, tadelst du an uns Gesetzen etwas, das sich auf die Ehe bezieht und was nicht gut ist? Nein, ich tadele nichts daran, müsste ich dann sagen. Etwa aber an den Gesetzen über die Erziehung des Kindes und über den Unterricht, nach denen auch du unterrichtet worden bist? Ist es etwa nicht gut, was einige unter uns bestimmen, dass sie deinem Vater auferlegt haben, für deine geistige und leibliche Bildung zu sorgen? Sehr gut ist das, würde ich sagen. Also, nachdem du aber geboren, aufgezogen und unterrichtet worden bist, kannst du da allem vorweg leuchnen, dass du unser Abkömmling und unser Knecht bist, du und deine Vorfahren? Wenn sich dies so verhält, meinst du, dass du das gleiche Recht hast wie wir, dass du, was wir dir etwa antun, zu Recht auch uns wieder antun darfst? Oder hattest du gegen deinen Vater das gleiche Recht oder gegen deinen Herrn, wenn du je einen hattest, dass du ihm antun durftest, was er dir antat, ihnen also böse Worte zurückgeben oder Schläge, wenn er dich geschlagen hat, oder sonstiges von der Art? 51a Gegen das Vaterland aber und gegen die Gesetze soll dir das erlaubt sein, wenn wir etwa dich vernichten wollten, weil wir es für gerecht halten, darfst auch du dann umgekehrt uns vernichten wollen und, so viel du nur kannst, auf den Untergang der Gesetze und des Vaterlandes sinnen, dürftest du dann sagen, du handelst gerecht, der du immer nach dem Gut seiner Maßstab der Wahrheit gestrebt hast? Oder ist es deiner Weisheit entgangen, dass du nicht weißt, wie viel höher als Vater und Mutter und alle anderen Vorfahren das Vaterland in Achtung steht, wie viel mehr Ehre und Heiligkeit es bei den Göttern und bei allen vernünftigen Menschen hat? Dass man ein aufgebrachtes Vaterland noch mehr ehren, dass man sich ihm noch mehr fügen muss als einem Vater, um ihn zu besänftigen? Entweder muss man es überzeugen oder tun, was es befiehlt und ganz ruhig leiden, was zu leiden es auferlegt, wenn es auch Schläge sind oder Fesseln oder wenn es dich in den Krieg schickt, wo du verwundet und getötet werden kannst. Dann musst du dies alles tun und dennoch für ganz gerecht halten. Oder weißt du nicht, dass man nicht weichen, nicht weggehen und nicht die Stelle verlassen darf, sondern im Krieg, vor Gericht und überall das tun muss, was der Staat gebietet und das Vaterland oder es überzeugen, was eigentlich recht ist? Dass Gewaltgebrauchen gegen Vater oder Mutter immer ein Verbrechen ist und noch viel mehr gegen das Vaterland? Was sollen wir darauf sagen, o Kriton, dass es wahr ist, was die Gesetze sagen oder nicht? Mir scheint ja. Überlege also, o Sokrates, würden die Gesetze vermutlich weiter fortfahren, ob wir Recht haben, wenn wir behaupten, dass das, was du uns antun willst, Unrecht ist. Denn wir haben dich nicht nur zur Welt gebracht, dich aufgezogen und unterrichtet, haben dir und jedem Bürger alles Gute, was nur in unserem Vermögenstand zukommen lassen. Wir haben auch jedem Athener, der es nur will, die Freiheit gelassen, nachdem er in die Bürgerliste aufgenommen ist und den Zustand der Stadt und uns die Gesetze kennengelernt hat, wenn wir ihm dann nicht gefallen, dass er sein Hab und Gut nehmen und fortgehen darf, wohin er will. Keines von uns Gesetzen hindert oder verbietet jemandem von euch, dem wir oder die Stadt nicht gefallen, in eine Kolonie zu ziehen oder auch anderswohin, wo er nur will, und sich dort unter Schutz anzusiedeln, wobei er seine Habe behalten kann. Wer von euch aber geblieben ist, nachdem er gesehen hat, wie wir Urteile fällen und sonst die Stadt verwalten, von dem behaupten wir, dass er uns durch seine Tat versprochen hat zu tun, was immer wir auch befehlen. Wer nicht gehorcht, behaupten wir dann, tut ein dreifaches Unrecht. Er gehorcht uns nicht als seinen Erzeugern, nicht als seinen Erziehern und nicht als seinen Oberen, weil er trotz seines Versprechens, er wolle uns gewiss gehorchen, weder gehorcht noch uns davon überzeugt, dass wir etwas nicht recht machen. 52a Dabei stellen wir ihm doch frei und befehlen nicht etwa auf rauhe Acht, was wir anordnen. Er kann eines von beiden Dingen tun, entweder uns überzeugen oder uns folgen. Er aber tut keines davon. Diese Schuld, behaupten wir nun, wird auch auf dir haften, O Sokrates, wenn du deinen Plan wahrmachst, und zwar auf dir, nicht am wenigsten von allen Athenern, sondern ganz besonders. 2.6 Verbundenheit des Sokrates mit der Stadt Wenn ich nun frage, weshalb denn, dann würden sie mich wohl ganz mit Recht angreifen, wenn sie sagen, dass gerade ich, mehr als alle anderen Athener, ihnen das Versprechen geleistet hätte. O Sokrates, würden sie sagen, dafür haben wir große Beweise, dass wir selbst dir gefallen haben und die Stadt. Denn wärst du nicht so viel lieber, als alle anderen Athener immer in ihren Mauern geblieben, wenn die Stadt dir nicht so ausnehmend gefallen hätte? Weder hast du je zu einem Festspiel die Stadt verlassen, außer einmal auf den Istmos, noch bist du sonst irgendwo hingegangen, außer mit dem Heer. Auch hast du keine Reisen gemacht wie andere Menschen, noch auch hast du jemals Lust gehabt, andere Städte und andere Gesetze zu sehen, sondern wir genügten dir und unsere Stadt. So sehr hast du uns vorgezogen. Damit hast du uns gelobt, ein Bürgerleben zu führen und hast daneben auch noch Kinder in der Stadt erzeugt, weil sie dir gefiel. Ja, noch während des Prozesses konntest du den Antrag auf Verbannung stellen, wenn du gewollt hättest. Was du jetzt gegen den Willen der Stadt unternimmst, hättest du mit ihrem Willen tun können. Du hast zwar damals großgetan, als machte es dir gar nichts auszusterben und hast, wie du sagtest, lieber den Tod als die Verbannung gewählt. Jetzt dagegen schämst du dich weder vor deinen eigenen Reden, noch scheust du uns die Gesetze. Jetzt versuchst du uns zu zerstören und handelst, wie nur ein sehr schlechter Knecht handeln kann, indem du zu entlaufen versuchst, gegen alle Verträge und Abmachungen, mit denen du uns versprochen hast, als Bürger zu leben. Und beantworte uns vor allem das eine, ob es wahr ist, wenn wir behaupten, du hättest durch die Tat, nicht bloß durch Worte versprochen, nach unserer Anordnung ein Bürgerleben zu führen. Oder ist es nicht die Wahrheit? Was sollen wir darauf antworten, O Kritton? Sollen wir es nicht einräumen? Wir müssen wohl, O Sokrates. 2.7. Unmöglichkeit der Flucht Ist es nicht so, werden sie sagen, dass du deine Verträge mit uns und deine Versprechen brichst? Die hast du doch ganz ohne Zwang abgelegt. Weder wurdest du überlistet, noch hast du unter Druck gestanden. 70 Jahre lang hast du Zeit gehabt. Da hättest du fortgehen können, wenn wir dir nicht gefallen hätten und dir unsere Bedingungen ungerecht erschienen wären. Du aber hast weder Lakedaimon bevorzugt, noch Kreta, die du bei jeder Gelegenheit als wohlgeordnet rühmst, noch sonst eine von den Städten der Griechen oder Barbaren. 53a Du hast dich weniger aus ihr entfernt als die lahmen Blinden und anderen Krüppel. So prächtig, mehr als allen anderen Athenern hat dir die Stadt gefallen und wir die Gesetze auch. Denn wem würde eine Stadt gefallen ohne die Gesetze? Nun also willst du dem Versprechen nicht mehr treu bleiben? Folge uns, O Sokrates, und mach dich durch die Flucht aus der Stadt nicht lächerlich. Überlege dir nur, was passiert, wenn du das Versprechen übertrittst und verletzt. Was wirst du selbst für dich dabei Gutes schaffen und für deine Freunde? Denn dass deine Freunde in Gefahr geraten, vielleicht fliehen und die Stadt verlassen müssen oder dass sie ihr Vermögen verlieren können, das ist wohl klar. Du selbst aber, wenn du in eine der ganz nahen Städte gehst, entweder nach Theben oder nach Megara, denn gut eingerichtet sind beide, so kommst du als Feind ihrer Verfassung. Wer nur ein wenig für seine eigene Stadt besorgt ist, wird dich schief ansehen wie einen Verderber der Gesetze. Damit wirst du das Ansehen deiner Richter erhöhen, dass es den Anschein gewinnt, als hätten sie in deiner Sache gerecht gerichtet. Denn wer die Gesetze verdirbt, ist sehr verdächtig, auch die jungen und unmündigen Menschen zu verderben. Willst du also die gut eingerichteten Staaten und die ehrenwerten Menschen meiden? Wird sich dann dein Leben noch lohnen? Oder willst du in diese Städte gehen und unverschämt genug sein zu reden? Aber was denn reden, o Sokrates? Dasselbe wie hier, dass über Gutsein und Gerechtigkeit für den Menschen nichts geht, nichts über Ordnung und Gesetz? Meinst du nicht, die Sache des Sokrates werde dabei eine schlechte Figur machen? Das muss man wohl annehmen. Diese Gegenden wirst du wohl meiden und dich nach Thessalien wenden, zu den Gastfreunden des Kritton. Dort sind Unordnung und Gesetzlosigkeit sehr groß. Vielleicht hören dir die Leute dort mit Vergnügen zu, in welch komischer Verkleidung du aus dem Gefängnis geflohen bist, nach Art der Flüchtlinge in ein Stück Zeug eingehüllt, in einen gemeinen Kittel, womit du dich unkenntlich gemacht hast. Dass du, als ein alter Mann, der nur noch kurze Zeit zu leben hat, dich nicht scheust, mit solcher Gier am Leben zu hängen und dafür die heiligsten Gesetze zu übertreten, wird das wohl jemand fragen? Vielleicht nicht, solange du keinen bedrängst, wenn aber doch, O Sokrates, dann wirst du viele Beleidigungen zu hören bekommen. Kriechen wirst du müssen vor allen Menschen und als Knecht leben, damit du in Thessalien etwas zu schmausen hast, als ob du nur zum Essen nach Thessalien gekommen wärst. Und die Reden von Gerechtigkeit und von den anderen Gütern, wo werden die dann bleiben? 54a In deiner Kinderwegen willst du doch leben, um sie selbst aufzuziehen und zu unterrichten. Willst du sie etwa mit nach Thessalien nehmen und dort aufziehen und unterrichten? Willst du sie zu Heimatlosen machen, damit sie dir auch das noch zu verdanken haben? Oder ist das nicht deine Absicht? Sollen sie lieber hier aufgezogen und unterrichtet werden, sodass du zwar lebst, aber nicht bei ihnen bist? Deine Freunde werden sich ihrer wohl annehmen. Tun sie das nur, wenn du nach Thessalien gehst, nicht aber, wenn du in die Unterwelt gehst? Wenn sie überhaupt etwas wert sind und deine Freunde sein wollen, so muss man es ja wohl meinen. Also, O Sokrates, gehorche uns, deinen Erziehern. Achte weder die Kinder noch das Leben noch irgendetwas anderes höher als das Recht. Wenn du in die Unterwelt kommst, kannst du all das zu deiner Verteidigung anführen vor den dortigen Herrschern. Wenn du fliehst, zeigt sich für dich oder deine Angehörigen weder in dieser Welt die Sache besser, gerechter oder frömmer, noch auch in der anderen Welt, wenn du dort ankommst. Wenn du jetzt gehst, so gehst du als einer, der Unrecht erlitten hat, nicht zwar von uns Gesetzen, aber von den Menschen. Fließt du aber in dieser Weise fort und reichst Unrecht mit Unrecht und Böses mit Bösem, dann verletzt du deine eigenen Versprechungen und deine Verträge mit uns. Du fügst Unrecht denen zu, denen du es am wenigsten zufügen solltest, dir selbst nämlich, deinen Freunden, dem Vaterland und uns. Deshalb werden nicht nur wir auf dich zornig sein, solange du lebst, sondern auch unsere Brüder, die Gesetze der Unterwelt. Sie werden dich nicht freundlich aufnehmen, wenn sie erfahren, dass du versucht hast, auch uns zugrunde zu richten, soweit es dir möglich war. Also lass nicht zu, dass Kriton dich mehr überredet, was zu tun ist, was wir sagen. Diese Worte, lieber Freund Kriton, meine ich zu hören, so wie die Korribanten die Flöte zu hören meinen. Auch in mir klingt der Ton dieser Rede und Macht, dass ich andere nicht hören kann. Was du gegen meine jetzige Überzeugung sagen magst, wird vergeblich sein. Dennoch, wenn du meinst, etwas ausrichten zu können, dann sag es. Nein, Sokrates, ich habe nichts mehr zu sagen. Nun denn, O Kriton, lass uns so handeln, da uns darin Gott leitet. Aden, 1. November 1999 1999 – – – – Vielen Dank.